Tja, und da geht der erste Brocken rein und ich kann ja nur hoffen, dass wir hier diesmal auch ein bisschen Action dran haben, denn es hat sich ja einiges getan im Game. Endlich ballern hier die Fische aus dem Wasser raus und springen und eskalieren. Bisher bei mir leider noch nicht. Ich hoffe immer noch auf den richtig dicken fetten Brocken, der auch mal ein bisschen Power hat und ein bisschen Action macht hier an der Route. Und der dann so richtig geil aus dem Wasser rausspringt. Das wäre doch der Hammer. Und guck mal da, da geht direkt die nächste Route gerade rein. Ich muss ja gleich mal ein bisschen wenden hier. Ich bin gerade mal eine Runde schleppen hier am Wolchhof. Einfach mal gucken, ob ich hier nicht einen dicken fetten Lachs oder dicken fetten Hecht dran befinde. Bisher gehen einige Hechte tatsächlich hier auf die Snatcher. Und ich teste allerdings auch hier natürlich die ganz klassischen Dodger Cranks. Auch die laufen ja immer wieder gut. So, ich weiß gar nicht genau, wie ich hier bretter. Ich glaube, ich fahre einfach mal hier durch, oder? Ja, ich fahre einfach mal hier durch und dann fahren wir rüber hier in den... Also ich bin jetzt gerade hier runter gebreddert, schön in den Morgenstunden. Und dann fahren wir hier mal runter und dann wieder zurück. Gucken wir mal. Eine so eine Tour müsste doch ganz gut gehen. Mal gucken, dass man hier das breiteste, die breiteste Lücke hier trifft, dass man auch durchpasst. Und dann lübtert schon. Ja, es hat sich ein bisschen was getan im Game. Und zwar wurden nicht nur die Ingame-Chats wieder reaktiviert, beziehungsweise die privaten Ingame-Chats sozusagen. Das heißt, ich habe hier einen, ähm, einen Channel erstellt. Bäm! Alla, da ist er. Der erste Laduga-Lachs. Bisschen klein, aber noch okay. Genau, ich habe ja einen, hoppala. Oh, linke Seite, rechte Seite, rechte Seite, linke Seite. Da kommen wir nicht durch. Hehehe. Direkt dagegen gebreddert. Ähm, da müssen wir, da passen wir da, da passen wir doch durch, oder? Ja. So, Routen sind auch noch dran. Bleibt auch nichts hängen. Weitermachen. Genau, also kommen wir nochmal zu den Chats. Die Chats laufen in den Privatschats wieder. Das heißt, wenn man hier in dem privaten Feierabend-Chat zum Beispiel ist, oder du erstellst dir deinen eigenen mit deinen Kollegas, ähm, dann kann man da drin wieder untereinander schreiben und, ähm, ja, sich eben auch Nachrichten wieder zuschicken. Auch das funktioniert. Das ist doch schon mal wieder gut. Und, ähm, das hilft, glaube ich, auch im Gesamten, in der gesamten Community. Ist doch schön, dass das so läuft. Ja, des Weiteren wurden Sachen verändert und da weiß ich gar nicht, was da los ist. Ähm, das ist in der, in den letzten Malen, wo es irgendwelche Veränderungen gab oder wo es irgendwelche Patches gab, ist das regelmäßig jetzt schon gewesen mit R4. Es kommen Neuerungen und Veränderungen ins Game. Es gibt Patch-Notes, Informationen dazu, aber eben nicht zu allem. Ist das Strategie? Ist das extra so gemacht? Das, also zuletzt war es mit den, mit den Rollen zum Beispiel. Die, ähm, die Alpha 8000 ist ab Level 19. Die HSV-Rolle ist auf einmal nicht mehr ab Level 22, sondern ab Level 20. Ich meine, das sind doch alles wichtige Informationen. Und wenn man doch so Patch-Notes rausbringt, warum bekommt man nicht solche wichtigen Infos? Oder jetzt aktuell, die ganze Nation fragt doch immer mal wieder auch so, ey, wie wär's denn mal mit so Fischen, die aus dem Wasser rausspringen und so Action machen? Wär doch geil. Und dann wird sowas nicht reingebracht in die Infos, dass man sagt, boah geil, Alter, was haben sie denn wieder gemacht? Server sind down, hm, da kommt ja immer so ein Mäh-Mäh-Mäh, äh, schon wieder die Server down. Aber dann im Nachhinein zu sagen, ja, Alden, die Server sind down, weil wir haben jenes und dieses und das haben wir alles Geiles reingebracht, das kommt nicht. Warum? Kein Verständnis für sowas. Kein Verständnis für sowas. Tu Gutes und sprich darüber. Ja, also Attacke. Was ist denn da los, ey? Ja, ich hoffe mal hier jetzt auf einen dicken Fetten, der mal so aus dem Wasser rausspringt, das wär doch mal geil. Ich glaub, ich brenne mal ein bisschen hier rum und, ähm, dann sehen wir doch gleich, ob da noch was dickes Fettes reingeht. Wär nicht so schlecht. Zack, guck mal da, da geht einer rein, grad noch den Barsch gezogen. Und jetzt endlich mal einer, der so ein bisschen mehr Schmackes hier hat. Aber... Noch nicht richtig Power... Muss ich ihn locker lassen erst, dass er irgendwie die Chance hat, abzuziehen? Ich glaub, so richtig... Nö, oder die ziehen einfach nicht ab, ne? 2,3... Ei, 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 noch weniger. Genau an der Mündung hier quasi zwischen den beiden Inseln ist das ja richtig gut. Ja, so soll das sein. Guck mal da, zack, der nächste Ladoga-Lachs, Alter. Bisher aber noch nicht einer richtig rumgesprungen hier. Leider nicht. Ähm, ich geh nochmal auf die X-. Da gab's doch auf dem Weihnachtsmarkt hier... Nicht Weihnachtsmarkt, äh, zu Weihnachten kam die raus. So... Auch eine ganze neue Blast Minnow-Serie. Gucken wir mal, ob die auch reinballern. Und dann werde ich aber gleich hier wieder wenden und direkt wieder zurück. Das war hier quasi direkt... Also ich hab mal Kerngebiet, vielleicht hier. Das scheint immer wieder richtig gut zu sein. In diesem Bereich. Ja, hat sich doch gelohnt. Viele kleine Barsche jetzt gerade unterwegs. Ähm, noch ein Zander gerade dabei gewesen. Aber halt so richtig geil. Leider noch nicht. Also, weiterziehen und auf den richtig dicken hoffen. Ha! Ha! Ah, da geht doch mal endlich einer rein hier, ey. Ich hab grad mal gewechselt auf den Blinker, Alten. Ich hab mir gedacht, komm, Alter. Nimmst du mal den guten, alten Hunter-Blinker. Joa, gesagt, getan. Erster Wurf, abginget. Und, äh, nächster Wurf, jetzt ist dieser. Erster Wurf war jetzt gerade ein kleiner Hecht. Und, äh, ich zeig gleich mal, wie ich den geführt hab. Und zwar bin ich beim Schleppen... Hab ich da halt so ein bisschen mehr Action gemacht. Für den... Für den Fisch. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ähm, ob der... Hier gleich irgendwie rauszieht der Fisch. Raus springt, maybe. Oha! Der hat aber schon ein bisschen Power. Aber bisher noch kein Sprung oder so in der Art. Er hat sich noch nicht verführen lassen, verleiten lassen dazu, mal, äh, nach oben zu jumpen. Wär doch mal geil. Wenn wir ihn gleich hier in voller Action sehen können. So. Er hat gerade nicht so wirklich viel Power mehr. Ob das ein Hecht ist? Könnte gut ein Hecht sein, denn ich hab die, äh, von der Führung her, ich hab den... Oh! Oha! Ich hab den Blinker, äh, fallen lassen. Also das heißt, äh, schleppen, 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 fallen lassen. Das heißt, die stürzen dann immer schön in die Tiefe. Und wenn das passiert, triggert das häufig die Hechte. Das ist natürlich nice. Jetzt fahren wir mal so ein bisschen mit. Wär natürlich geil, wenn er jetzt gleich hier... rankäme. Oh, ne, der hat noch ein bisschen Bock. Ich meine, ich könnte theoretisch, könnte ich natürlich ein bisschen... ein bisschen weiter zumachen, die Bremse noch. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben hier. So. Jetzt fahr ich gerade schön mit ihm mit. Kann immer noch ein bisschen kurbeln. Komm ran hier, Alter. Leichtes Gekurbel immer noch. Jawohl. Er schwimmt quasi noch mit. Oh, da ist auf den nächsten auch schon wieder was. Aber irgendwas Kleines nur. So, jetzt dreh ich mal wieder ein bisschen nach rechts hier ein. Vor seine Nase sozusagen. Immer noch kein Gespringe. Leider nicht. Auch nicht bei so einem recht großen Brocken. Ähm, ich muss mal gucken. Es gab, ähm, wohl so ein paar Sprünge tatsächlich gestern im Stream, die ich gar nicht... bei mir selbst, die ich gar nicht gesehen habe. Ähm, wenn ich dazu was sehe, binde ich das gerne noch mal mit ein hier. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie noch mal raus. Ähm, das wäre halt ganz geil. Ah, guck mal da. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier, Alter. Den nehmen wir doch gerne mit. Ein dicker fetter Lachs oder was? Alter. Hau da noch mal ab. Da haut er noch mal ab. So, jetzt mache ich mal eben den Motor aus. Zack. Und keschern hier. Alter. Alter. 15 Kilo atlantischer Lachsalden. Und das hier am Wolchhof. Und das allergeilste. Einfach nur hier auf dem normalen Hunter. Die guten alten Hunter, Alter. Ah, beste Köder, ey. Perfekt. Ah, perfekt. So, jetzt ziehen wir die mal eben rein hier. Zack. Noch mal ein Kollege Hecht. Sehr schön. Da war auch noch was Kleines dran. Und jetzt fahre ich gleich eben zurück und zeige ich noch mal eben, wie ich den Köder geführt habe. Und zwar war das ja hier jetzt beides die, ähm, die aktive Art, sozusagen die Route zu führen, ne. Wollen wir mal ein bisschen raus hier. Die andere Route auch noch mal ein bisschen raus. So. Jetzt fahren wir mal eben zurück. Äh, rückwärtsgang. Wir wollen jetzt grob so in diese Richtung hier fahren. Mal eben auf der Map zeigen. Also in diesem Bereich jetzt hier nach unten. Wasserwerk im Rücken. Trollinggang an. So, erstmal da losfahren. Trollinggang an. Und dann hier die dritte Route aktiv geführt. Das geht zum einen natürlich auch mit den Wobblern, dass man dann zwischendurch immer auf 50er Einholgeschwindigkeit, ähm, kurze Umdrehungen macht, dass man dadurch ins Gieren kommt. Das ist auch mal wieder geil. Und was man mit den Blinkern eben ganz geil machen kann, bisschen weiter vielleicht auswerfen, zumachen. So, jetzt sieht man so ein bisschen auch an der Schnur, der, der, der wird ja jetzt schön mitgezogen die ganze Zeit. Und dann kann man zum einen entweder einfach den Bügel aufmachen, absinken lassen, Bügel zumachen. Und jetzt wieder mit, also dann fällt der hier runter. Zack. Bis. Triggert. Oder zum anderen, das machen wir jetzt auch als nächstes, bevor wir ihn hier links reinholen. Oder, was man eben auch machen kann, wenn man ihn draußen hat, man lässt ihn schön führen. Das heißt, er fährt jetzt schön durchs Wasser. Dann zieht man ihn einfach mal so nach vorne. Och, schon wieder Biss. Ich wollte ihn gerade nach vorne ziehen. Alter, der geht aber gerade ab hier, ey. Perfekt. Und ich dachte mir gerade noch, blau läuft sowieso. Und dann vielleicht gerade bei diesem Wetter hier, dann ist das ja auch noch ideal. Das ist ja geil, ey. Gerne mehr davon. Ich mache mir jetzt gleich den Kescher voll damit, ey. Komm ran hier, Algen. Oh, der Hechtmudi. Sehr schön. Ach, keine Chance. 10 Kilo wäre damals schon eine Trophy gewesen. Zack. Jetzt leider nur erst bei 12. Aber das ist halt so der Move, ne. Also ziehen lassen, ziehen lassen, ziehen lassen. Ich zähle so irgendwie bis 5, 6, 7. Und dann einmal so nach vorne ziehen. Und wieder runterlassen. Und in der Zeit sinkt er ja jetzt hier runter. Und dann kommt gleich dieser Ruck. Und dann geht er wieder hoch. Geht hoch. Und zieht dann weiter. Und das Ganze jetzt wieder. Einfach wieder warten lassen. Jetzt ist er wieder oben. Dann wieder. Zack. Ist schon wieder Biss. Und dann wäre halt das nächste Mal nochmal das Ganze, ne. Jetzt machen wir erstmal hier links und rechts die Dinger raus. Schmeckt. Ich werde gleich mal links und rechts hier die Wobbler abmachen. Und da auch die Blinker dran machen. Ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Tja, im Großen und Ganzen schwierig hier. Guckt ihr das mal an. Überall die ollen Barsche, ey. Die will man ja gar nicht. Überall die Barsche. Und die kleinen Hechte. Aber im Großen und Ganzen schon mal nicht schlecht. Hier machen wir mal 25 den blauen Waiko drauf. Jetzt wird es ein bisschen wild. So, dann müssen wir mal eben hier die Pose ändern. Einmal umsetzen. Und wieder in den Trollinggang rein. Das war hier schön lang breddern. Und zwar hier schön am besten so zwischen diesen Kanten in diesem Bereich. An den Gewässerkanten vorbei breddern. Das ist immer richtig gut. So, und hier machen wir den nächsten Hunter drauf. Auch den gleichen. Hunter Serie. Alter, soll ich hier mal den ganz fetten machen? Komm, ich mach mal hier den ganz fetten drauf, ey. 4-0er-Haken. Das ist das Riesenmodell davon. Guck mal, gewichtsmäßig am Limit der Route. Und das bei so einer schweren Route, ey. Das ist ein richtiges Brett. Einfach mal testen. Einfach mal übertreiben. So, und hier gehen wir wieder einfach auf den normalen. Zack, auswerfen. Ziehen lassen. Was man jetzt natürlich machen könnte, wenn man links und rechts die Routen hat. Man kann auch zwischendurch einfach mal kurz. Ähm, also das, das mach ich am, äh, Kuori auch immer mal ganz gerne. Und zwar, wenn man dann schleppt mit Blinkern. Also links und rechts Blinker. Einfach mal kurz anhalten. Rückwärtsgang jetzt fahren. Zack, ihr seht, die Schnuren fallen runter. Dann wieder vorwärts. Und wieder rein in den, in den Trollinggang. Auch da einfach mal genau der gleiche Effekt. Das heißt, die waggeln schön durchs Wasser. Blöp, 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 blöp. Und in dem Moment, wo ihr locker lasst die Schnur, stürzen die runter. Und dieses Runterstürzen, das triggert häufig die Fische. Gerade auch am Kuori. Und, äh, gerne auch, gerne natürlich auch Hechte. Also da auf jeden Fall mit, äh, vernünftigen, dicken, fetten Vorfächern hier rangehen. 31, 35 Kilo Vorfach ist schon Minimum. Ähm, mittlerweile werden ja hier so dicke, fette Hechte auch gefangen, dass man da wirklich aufpassen muss. Ob man da nicht vielleicht sogar manchmal lieber noch Stahl nimmt oder sowas bei so was. Solchen Aktionen hier. Aber so ein bisschen Risiko fährt halt immer mit. Macht ja auch extra Bock, wenn man da so ein bisschen noch das Risiko hat, dass einem da in den digger, fetter Brocken auch noch irgendwie was abbeißen könnte. Wäre halt immer schade, aber kann man halt machen, ne? So, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Wie gesagt, wenn ich gleich noch was dazu finde zum, äh, springenden Fisch, dann blende ich den nochmal mit ein. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags. Immer ab 19 Uhr, Petri. Wir schauen natürlich nochmal schnell in den Kescher rein, ob sich das Ganze denn hier gelohnt hat. Wenn wir mal eben nach Preisen sortieren. Jede Menge Barsche, ja, kleinere Hechte, auch nicht schlecht. Was natürlich übelst reinhaut, ist so ein dicker, fetter, atlantischer Lachs. Aber eben auch die Ladoga-Lachse gar nicht so schlecht. Und die ballern natürlich deutlich schneller und leichter mal eben rein. Das heißt, in Gänze sind wir jetzt hier mit dem dicken, fetten Brocken bei immerhin 270 Silber. Kratsching! Kriegt man das so schnell reingekurbelt? Hm, schwierig. Also mit, ich sag mal, mindestens sowas wie einer Superduty und einer HSV als Rolle. Ähm, da kann man sich hier mal ranwagen. Weiter drunter würde ich hier auch nicht rangehen, weil das halt auch übelst Verschleiß macht. Gerade solche dicken Brocken sind halt richtig, richtig kampfstark, aber machen eben auch Bock. Aber nu, bis dahin! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.